Das Gotteshaus von CJ Tudor, Tudor, whatever, angeblich englands weiblichem Stephen King. Ja, finde ich nicht. Okay, herzlich willkommen zu diesem neuen Video erstmal, liebe Leute. Warum sage ich das jetzt so gemein? Ich ging eines Tages durch den Buchladen, sah dieses Buch, es sprach mich aufgrund des Covers und der Aufmachung irgendwie schon an. Habe ich es mir angeschaut, war so am überlegen, ja, soll ich es mir jetzt kaufen oder nicht? Und dann sah ich diesen Satz, CJ Tudor ist Englands weiblicher Stephen King. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann muss ich es ja quasi kaufen. Und plötzlich sah ich mich an der Kasse, plötzlich hatte ich es bezahlt und plötzlich war es bei mir daheim. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Naja, es war auch ein gutes Buch, das nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg. Aber wenn man schon so fett damit wirbt, Englands weiblicher Stephen King zu sein, dann muss man sich jetzt auch darauf gefasst machen, dass ich diesen Vergleich ziehen werde. Ich bin normalerweise immer kein Fan davon, so Sachen zu vergleichen, aber das geht jetzt auf die Kappe von zumindest mal dem Verlag. Also für mich ist Stephen King ein Meister darin, Atmosphäre zu schaffen, Charaktere zu beschreiben, Orte wie zum Beispiel ein kleines Kaff, ein kleines Dorf zu beschreiben in ihren Eigenarten und dabei so krass auch ein Zeitzeugnis sozusagen zu schreiben von der Zeit, in der dieses Buch, in der diese Geschichte spielt sozusagen. Und da hat man schon fast nicht mehr das Gefühl, dass die Handlung das Hauptding ist, warum man das Buch liest, sondern vielmehr eben diese Atmosphäre, dieses Zeitzeugnis, die Charaktere, die Orte, die Städte, die Dörfer, in denen das quasi das Ganze spielt. Und bei Das Gotteshaus wird jetzt irgendwie so ein bisschen so getan, als wäre das bei CJ Tudor so das Gleiche, was ich halt irgendwie so gar nicht nachvollziehen kann. Also ja, das Setting, so die Ausgangslage, die Prämisse, könnte auch irgendwie von Stephen King stammen. Das will ich gar nicht jetzt abstreiten und die klingt auch super interessant. Irgendwie alles, was so mit Glaube, Religion zu tun hat, kann unglaublich düster sein, finde ich. Also ich meine, wenn es hier um Exorzismus geht, ein Pfarrer, der sich in einer Kirche erhängt hat selber, was hat es damit auf sich, das klingt super dark und echt nach einem guten Gruselbuch, nach einer guten Gruselgeschichte. Und jetzt ist halt das Problem, dass das nur das Setting ist, was so klingt. Der Rest vom Buch ist halt mehr so ein Thriller. Und trotzdem wird halt auf dem Klappentext und vorne drauf und innen im Deckel drin stehen irgendwie lauter Superlative über diese Beschreibungsgabe, die diese Autorin angeblich besitzt. Und dass das ja wie bei Stephen King wäre. Und das sehe ich halt nicht. Letztlich ist es bei ihr nicht dieses ausgetüftelte Atmosphären-Setting, sondern halt einfach, ja, eine gute Ausgangslage, die halt dann einfach ein Thriller ist, der halt schnell runtergeschrieben ist sozusagen, der doch mehr auch ein bisschen auf Plot-Twists baut. Jetzt nicht so krass wie bei irgendwelchen Psychothrillern, wie es die Sebastian Fitzek oder so, da auf die Stufe will ich das gar nicht setzen. Da ist es doch vielleicht ein bisschen näher, doch bei Stephen King. Aber halt noch weit, weit entfernt von Stephen King. Und ich, wie gesagt, ich würde diesen Vergleich überhaupt nicht ziehen, weil eigentlich ist es so irrelevant, wenn nicht dieser Verlag damit werben würde. Was ich eigentlich voll bescheuert finde. Um jetzt auf das Buch selbst mal zu sprechen zu kommen, es ist eigentlich ein geniales Setting. Also wir haben eine Pfarrerin und ihre Tochter, die in ein neues Dorf versetzt werden. Also die Pfarrerin wird versetzt in ein Dorf, eine neue Kirchengemeinde, wo sie dann eben die Leute langsam kennenlernt und das Dorf kennenlernt. Also irgendwie spielt tatsächlich schon das Dorf, die Gemeinde, die Leute dort eine Rolle. Aber es ist halt nicht so, definitiv nicht so krass gut wie bei Stephen King. Es wirkt so ein bisschen, als wäre das versucht, als wäre das gewollt, dass es so ein bisschen wirkt wie bei Stephen King. Tut es aber nicht, weil letztlich ist dem Leser klar, es geht nicht um die Gemeinde, um die Leute. Es geht um den Plot. Der Plot ist dann wie folgt, dass sie da eben ankommen in diesem Dorf und feststellen, okay, irgendwie sind da merkwürdige Dinge vorgefallen in der Vergangenheit. Vor, keine Ahnung, 500 Jahren wurden irgendwie sieben Märtyrer hingerichtet, wodurch es noch einen Brauch gibt. Nämlich jedes Jahr werden dort sogenannte brennende Mägdeleien angezündet, was so Strohpuppen sind und die werden verbrannt in Gedenken an diese Märtyrer. Und dann vor 30 Jahren sind irgendwie zwei Mädchen verschwunden aus dem Dorf. Und jetzt erst vor einem Monat oder so, vor kurzem erst, hat sich der Pfarrer eben dort in der Kirche erhängt. Und das wirkt mega, mega dark. Als könnte da was mega Düsteres so in der Mache sein, als hätte das was richtig Krasses damit auf sich. Und man ist halt gespannt. Und dann ist es halt einfach ein Thriller. Es passieren hin und wieder mal sehr mysteriöse Dinge. Man fragt sich auch immer mal wieder, ist das jetzt eine realistische Geschichte oder ist das doch was Übernatürliches? Es kommt immer wieder auf. Und am Ende ist die Auflösung jetzt zwar nicht, ich habe sie jetzt nicht kommen sehen, definitiv nicht, aber sie ist auch nichts Besonderes. Und nicht irgendwie wow, kein wow-Effekt, definitiv nicht. Und was noch viel schlimmer ist, eins der besten Dinge an dem Buch, die am coolsten waren und womit auch wirklich auf den Klappentext geworben wurde, wurde dann am Ende gar nicht aufgelöst. Also entweder so oder ich habe es überlesen, aber ich habe es nicht gesehen, wie das wo aufgelöst werden hätte sollen. Und das fand ich auch mega enttäuschend. Alles in allem. Merke ich gerade, dass das Ganze jetzt irgendwie doch einen zu negativen Touch hat. Das liegt einzig und allein an diesem blöden Vergleich mit Stephen King. Und es tut mir leid, dass ich den jetzt hier gezogen habe. Ich hätte ihn nicht gezogen, wenn nicht der Verlag damit angefangen hätte. Und das ist doch scheiße. Warum muss man denn bei einem Buch, was eigentlich ein solider Thriller ist, der unterhaltsam sein könnte und einfach ein guter Thriller ist, ist er auch. Aber warum muss man dann einen Vergleich zu Stephen King ziehen, der meiner Ansicht nach absolut nicht gerechtfertigt ist? Und jetzt hatte ich die ganze Zeit beim Lesen das Gefühl, boah, so ein Scheiß, das ist ja überhaupt nicht wie Stephen King, das ist ja gar nicht wie Stephen King, was ja eigentlich voll egal ist. Es ist ja trotzdem gut. Und warum kann man nicht einfach mit dem Buch an sich werben? Warum muss man werben, dass es wie Stephen King ist? Vor allem, wenn es eben, ja, meiner Meinung nach nicht wie Stephen King ist. Aber gut, es ist Ansichtssache. Es kann ja auch sein, dass andere Leute es doch so empfinden. Vielleicht kann man lieber damit werben, was dieses Buch wirklich ist, was es halt wirklich gut kann. Es steht nicht für die krassen Charaktere, die krassen Szenenbeschreibungen und die krassen Dorfbeschreibungen, für die auch Stephen King steht. Dafür steht es aber für eine sehr viel kurzweiligere, schnellere und spannendere Unterhaltung. Ich habe noch nie ein Stephen King so schnell durchgelesen wie dieses Buch hier, weil es einfach spannend ist. Und das ohne so niveaulos oder weit hergeholt oder Plottwist mäßig zu werden, wie es bei Sebastian Fitzek zum Beispiel manchmal der Fall ist. Es ist einfach ein spannender, kurzweiliger Thriller.